Ja, im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft wird ja immer wieder die Frage aufgeworfen, sind wir alle ersetzbar? Wird bald alles von Robotern erledigt? Wie ist die Zukunft der Arbeit? Wir gehen allerdings davon aus, dass es auch zukünftig noch sehr viel Arbeit für den Menschen geben wird. Viele Arbeiten werden sich radikal verändern, manche Arbeiten werden wegfallen, aber es kommt auch immer wieder Neues hinzu. Das war während der ersten industriellen Revolution so, das war bei jeder technischen Neuerung so und das wird auch jetzt im Rahmen von Industrie 4.0 Digitalisierung und zunehmender Robotereinsatz in der Welt so sein.